Also ich möchte weniger jetzt hier auf irgendwelche krassen bildtechnischen Specs eingehen von der Kamera. Ich möchte einfach so ein bisschen die Arbeit mit der Kamera beschreiben. Es geht um die Sony FX6, vielleicht kurz, warum ich die jetzt gerade da habe, also auch vom Verleih eben. Und wir drehen gerade einen Spielfilm, einen Episodenfilm, der aus neun Episoden besteht, ungefähr 10-15 Minuten pro Episode, 8-15. Und genau, das drehen wir in so kleinen Blöcken, also pro Episode immer zwei bis drei Tage. Und genau, hierfür haben wir eine FX9 und eine FX6. Und in diesem Video möchte ich jetzt so ein bisschen über die Arbeit mit der FX6 sprechen. Also ich habe teilweise eben mit der FS5 gearbeitet, dann mit den spiegellosen Kameras von Sony eben oder FS700, FS100 und genau. Also ich kenne so ein bisschen eben die Sony-Landschaft und jetzt haben wir eben für dieses Projekt eine FX6. Und ich habe die jetzt einfach mal hier so in dem Setup aufgebaut, wie wir sie jetzt auch gerade immer ungefähr verwenden. Ja, vielleicht zunächst zu den negativen Sachen, die mir jetzt bei der Bedienung mit der Kamera aufgefallen sind. Zum einen, also man merkt wirklich, also es ist zwar, es ist zwar so die Cinema-Line von Sony, aber die Kamera fühlt sich wirklich eher wie so eine Broadcast-Kamera an. So ein bisschen wie, ja wie Nachrichten, also wie früher so die, also kein großer Henkelmann-Schulterkamera, aber irgendwie, man merkt schon, woher Sony so ein bisschen kommt. Wir haben natürlich auch Features von der Cinema-Linie, also gerade so 180 Grad-Shutter ist jetzt hier zum Glück drin und ja noch so ein paar andere Sachen, aber ich glaube Sony kann da nicht so wirklich drüber weggehen, dass es eher eine Broadcast-Kamera ist. Also finde ich zumindest, also schon allein, wenn man irgendwie das Button-Layout hier sieht, was mich auch stört. Also es ist halt einfach, hier ist so viel Zeug. Klar, weil man hier irgendwie, hier ist ja Tonpegel, hier Buttons, hier Buttons, also es ist natürlich dafür ausgelegt, also auf Ein-Mann-Kamera-Betrieb, also es ist kein, nicht 100% dafür ausgelegt, dass man eben die Kamera mit mehreren Leuten bedient, sondern für eine Person. Dafür passt es auch so wirklich, aber ich muss sagen, mir ist das einfach zu unübersichtlich, also klar, ich habe die Kamera auch nicht unbedingt jeden Tag in der Hand, aber also nach einer Zeit, klar, entwickelt man auch so ein bisschen Muscle Memory für die unterschiedlichen Buttons, aber ich finde es nicht wirklich, ja, intuitiv, ja, ja, also es ist so ein bisschen, ja, ihr macht schon. Also ich bin nicht ganz happy irgendwie mit der Bedienung hier, also klar, wenn man irgendwie beim Dreh szenisch dreht, man stellt ja eh meistens einmal irgendwie alles ein, also keine Ahnung, ISO, Weißabgleich, Belichtungszeit, dass es eben 180 Grad sind und den Rest mache ich eh vorne, wenn ich eine Cinema-Linse habe, vorne mit Blende und Schärfe. Ja, aber das ist so ein Ding, also es fühlt, die Bedienung fühlt sich immer so, ja, so hakelig an, würde ich sagen. Das Gleiche auch mit den Menüpunkten, die Menüpunkten, also das ist einfach schrecklich, muss ich sagen. Es sind gefühlt zehn Menüpunkte, alles sieht gleich aus, alles, also so sich zurechtfinden, wo jetzt welche Funktion ist, ein bisschen schwierig, den Ruf hat ja Sony schon immer, dass die Menüs so vollgepackt sind, so unübersichtlich sind und ja, es ist besser geworden, aber es ist kein Vergleich jetzt zu einer Alexa, die halt sehr, sehr übersichtlich ist, also auch schon allein wie die Größe der Buttons oder der Anzeige, wie man sich durchnavigiert durch die Menüs, ja, und gar kein Vergleich zu den Blackmagic-Kameras, also Blackmagic mit den, ja, dieses super einfache Blackmagic-OS auf den Kameras, wo man dann einfach alle auch bedienen kann, ja, also es ist immer noch so ein bisschen so eine Krücke, würde ich sagen, wo man dann irgendwann mal, klar, wenn man irgendwann so dieses Gedächtnis, Muscle Memory hat, kann man drüber hinwegsehen, aber, ja, es ist noch wirklich, Sony muss noch ein bisschen was machen irgendwie, also beim zweiten Punkt bin ich auch so ein bisschen zwiegespalten, das ist der Body an sich, das ist ja hier so ein hochwertiges, ich weiß gar nicht, was genau für eine, ob das eine Magnesium-Legierung irgendwas ist, ich blende es wahrscheinlich dann ein, was es genau ist, ist also einerseits mega leicht, das ist super, also gerade so, ja, wenn man die Kamera trägt, so von Ort zu Ort, also man hat sie halt einfach dabei und ist halt wenig, das ist schon sehr angenehm, oder wenn sie im Koffer verpackt ist, ist einfach auch alles sehr leicht, aber dadurch entsteht dann schnell, wenn man eben, also gerade, wenn man mit Cinema-Linsen arbeitet, gerade wenn man mit Cinema-Linsen arbeitet, so ein Ungleichgewicht, also klar, die Kamera ist eine Vollformat-Kamera, deswegen man braucht halt auch Vollformat-Optiken, Vollformat-Optiken sind größer und schwerer als jetzt Super 35 und dadurch, ja, hat man dann instant so ein, ja, so ein Ungleichgewicht, ich kann das mal zeigen, dass halt die Kamera, wenn man sie hier, hier in der Mitte vom, ja, an sich vom Gehäuse hält, dass man instant, also dass sie halt nach vorne kippt, also man muss eigentlich relativ weit vorne irgendwie so sein und recht viel Gewicht hinten noch drauf haben, dass sie einigermaßen ausbalanciert ist. Das ist so ein Punkt, ja, das merkt man auf jeden Fall sofort, also gerade, wenn man sie, ich habe es jetzt hier am Griff in der Hand hält, dass halt hier auf jeden Fall so in den Fingern hier ein Druck entsteht, wo man dagegen drücken muss, dass sie eben nicht nach unten kippt. Klar, das ist jetzt ein Problem, wo man jetzt mit Cinema-Linsen hat, aber, ja, ich meine, die Kamera wird ja auch so angepriesen irgendwie auch so, ja, in der Cinema-Line so ein bisschen und das ist wirklich, ja, schwierig und da muss man halt überlegen, okay, macht man jetzt den Monitor weiter hinten hin, den größeren, aber dann wird es auch wieder schwierig, wenn man jetzt zum Beispiel hier das Easy-Rig hinmacht und die Kamera dann praktisch hier ist und der Monitor wäre hier, das funktioniert ja auch nicht, also dann kann man ja gar nichts mehr sehen. Klar, man hat hier diesen kleinen Monitor, aber der ist für die Kameradaten okay, aber so für die Bildgestaltung finde ich persönlich zu klein. Also, das ist so, ja, immer so ein bisschen Kompromisse. Ich habe es dann halt auch immer, ja, immer so ein bisschen auch gemacht, dass es, ja, oder irgendwie so, Easy-Rig war dann da dran, aber es war immer so ein bisschen so, ja, auch so von der Bedienung her so eine Zwischenlösung, würde ich mal sagen. Also, einerseits cool, kleiner, leichter Body, andererseits, ja, Gewichtverteilung, bisschen schwierig, also man braucht hier auf jeden Fall einen, ähm, auch hier einen recht großen Akku hinten drin, kann ich mal raus machen, also es ist schon, ja, ein langer von Sony, das hilft auf jeden Fall. Ich glaube, das war es so grob mit den Negativsachen, also es ist halt immer so bei der Bedienung irgendwie und sowas stört mich halt mehr, weil es dann doch irgendwie, ähm, ja, im Drehalltag mehr oder störender auffällt, wenn dann halt plötzlich die Kamera nicht verschwindet, sondern deutlich präsenter ist durch, ja, nicht ausgeglichenes Gewicht und irgendwie, da alles, also das ist so ein bisschen teilweise ein Problem, dass ich da mit der Kamera hab. Jetzt zu den positiven Sachen, also die Specs, die könnt ihr auch alle nachschauen und Testvideos und alles, das möchte ich gar nicht gerade hier so breit treten. An sich, ja, Sony macht Top-Kameras, also da gibt es ja nichts zu sagen. Mittlerweile, also, es sind ja alle, egal welchen Hersteller man nimmt, mittlerweile, also die Bildqualität ist ja wirklich bei allen Top. Was jetzt hier die FX6 hat, was uns jetzt, ja, bei dem Filmprojekt sehr hilft, weil wir sind eben nur mit einem sehr kleinen Team unterwegs, teilweise, ja, wirklich nur mit einem Styro oder einer kleinen 100-Watt-Lampe, sondern so ein Flex-Light eben. Wenn man jetzt halt in der Straße so ein bisschen Geria-mäßig ist, dann ist diese, also wir haben eine Base ISO von 800 und 12.800 eben. Und jetzt, wenn wir ein bisschen mehr ausleuchten können, dann kann man eben die 800 nehmen und wenn man fast nur mit, ja, natürlichem Licht arbeitet, dann eben die, also nachts auch mit 12.800 und ich kann es halt dann eben trotzdem mit einer 2.8er Blende fahren, weil wir leuchten, versuchen jetzt den ganzen Film eben mit 2.8, zwischen 2.8 und 4 zu machen. Und ich muss praktisch mit dieser 12.800 nicht komplett offen jetzt hier bei den Linsen auf 1.5 sein, sondern ich kann halt irgendwie auf 2.8 und habe dann eben auch noch eine, ja, eine Chance, mir selbst die Schärfe ordentlich zu machen, weil, genau, bei dem Projekt auch kein First AC, wo ich jetzt auch so ein bisschen, wo ich mir denke, hm, könnte man vielleicht schon da brauchen nochmal. Aber ja, diese 12.800, das ist halt wirklich ein Punkt, was einiges deutlich einfacher macht. Man darf nicht, also, das 12.800 ist nicht so, ja, rauscharm wie ein 800 natürlich. Also, keine Frage, das rauscht natürlich. Also, man kann irgendwo die Physik nicht so wirklich umgehen. Klar, die Prozessoren intern, die werden natürlich auch immer besser. Da ist ja dann auch eine interne Rauschreduzierung, die man ja auch noch anpassen kann. Aber es ist wirklich ein Punkt, ja, der es einfacher macht jetzt bei diesem Projekt. Alles so zu drehen mit 12.800, weil man es kann, würde ich jetzt auch nicht, weil man hat natürlich auch Nachteile, seien es jetzt, also, klar, das Rauschen natürlich, wo man dann wieder einen zusätzlichen Schritt vielleicht in der Postproduktion hat, wo man dann wieder raus reduzieren muss. Und, ja, aber ein anderer Teil ist natürlich die Lampen, dass die, ja, wenn man Lampen im Bild hat, die man nicht kontrollieren kann. Also, wir haben jetzt natürlich jetzt viel nachts gedreht. Jetzt ist gerade auch Weihnachtszeit, also es sind viele so Weihnachtsbeleuchtungen da. Und, ja, die Lampen kann man eben nicht kontrollieren, also die kann man nicht dimmen. Und dann hat man halt sofort das Problem, dass die eigentlich bei 12.800 viel zu hell sind. Also, das ist so dieses, ja, diese Balance wird dann natürlich ein bisschen schwieriger, wo jetzt auch kein, ja, kein Allheilmittel ist, die 12.800. Also, das sind jetzt eben die positiven Aspekte. Ich überlege gerade auch, ja, klar, die internen ND-Filter, die sind natürlich angenehm. Man hat auch hier diesen Sony-typischen internen Vari-ND, wo man sich immer noch mal so ein bisschen genauer einstellen kann, wie man es eben haben will. Ja, was mich aber trotzdem so ein bisschen stört, ist wieder die Bezeichnung von den ND-Filtern, weil man die sich nicht eben als, ja, optische Dichte anzeigen kann, also 0.3, 0.6, 0.9, also so die ganz klassischen ND-Stufen, sondern eben nur mit den ND-Werten, also nur ND4, ND8, 16 und Sony zeigt es dann auch noch immer mit einem, also ND4 ist ein Viertel, ein Achtel, Sechzehntel und so weiter und, ja, das ist auch wieder so ein, ja, so ein Punkt, wo ich, ja, wo ich mir denke, also klar, man muss es dann halt auch wieder auswendig wissen oder irgendwann kennt man die ND-Stufen natürlich auch, aber ich arbeite lieber mit denen, ja, wenn man, wenn man einen Steckfilter hat, 0.3, 0.6, das finde ich persönlich wieder einfacher, aber es ist so, keine Ahnung, das ist halt für mich so mehr so ein Broadcast-Ding, jetzt bin ich schon wieder bei den negativen Punkten gewesen, aber ich wollte ja eigentlich bei den positiven Sachen bleiben, sonst, hier Bedienung mit diesem Rad ist okay, ja, noch positiv zu den Anschlüssen, also wir haben eben, ja, einen HDMI raus, einen SDI, wir haben Timecode, genau, auf der Seite eben noch hier XLR-Anschlüsse, also wenn man dann trotzdem mal irgendwie Ton in die Kamera direkt machen will, ja, ist halt einfach auch wieder so ein Broadcast-Ding, dass man halt einfach alles irgendwie reinmachen kann, was man braucht, also auf jeden Fall eine, ja, eine gute Kamera, die Arbeit ist, also ich habe auch mit meinem Co-Kameramann, mit dem Kevin, also wir teilen uns immer so ein bisschen die einzelnen Episoden, habe ich auch gesprochen, und er meint auch, ja, also die Bedienung ist auf jeden Fall anders, es fühlt sich, es fühlt sich, nicht falsch an, hat er auch gesagt, aber es fühlt sich auf jeden Fall anders an, mit der Kamera zu arbeiten, irgendwie mit einer Alexa oder so, das ist, ja, es fühlt sich irgendwie wertiger an, muss man auf jeden Fall sagen, ja, aber das war mal jetzt ein kurzes Video zur FX6, würde ich sagen, bis zum nächsten Video.